Wer in der Welt kann ich dort mal besser handhaben mit meinem Bearnachten und wer wird sich dort auf der Wirtschaft führen? Heit ranen, nehmt nicht ab, aus Wahnene Wald. Heit ranen, kämpfen, schauf, in Heitweit-Boha. Marius Welli, Marius Freund im Internet. Wir sind gerade bei Fräsch, was heute haben wir auch vergnügt. Wir haben hier letztens damit beschäftigt, wie hier die Welle auf der Knoll, wie wir hier mit Brühe Wirtbrücken, wie wir die Wörter sagen, wie wir das verstehen und wie wir beide schreiben, wirklich nicht. Und so, von der Olle Jahre, wo wir von der Olle Wörter gehen, wir haben einen Flughafen, viele von uns sind immer mit Piet, und viele von uns sind auch mit Tritash und Kettels. Wo wir haben jetzt von der Olle Jahre, wo wir uns von der Olle Jahre haben, wo wir uns von der Olle Jahre nachdenken, was wir von der Bord mitbringen und was wir in der Jungen Jahre leben. Von der Olle Jahre, wo wir uns von der Olle Jahre, wir haben viele von denen und wir haben uns von der Olle Jahre da. Ja, und das wird, was wir dann an und ansteuern essen wollen, soja schwerheit überwacht zu kommen. Und wir haben unsere Ärmchen, wir haben soja viel mit den Wörtern. Je nachdem, wie wir eine Sähebüro sind, wenn wir nicht viel reden, dann würden wir normal soja Perle freden, oder wir würden soja trinken. Nichts, aber wo ich so viel anders bin, wo ich soja rede. Bloß die Brille dann haben wir so ja grausam, aber andere Menschen haben. Und sie sind so grausam, soja da. Vögen denen sie nicht, du weinen ihnen so eine Süppe, aber sie sind so abschert, soja da. So, nun wird uns die Frau von da, wo wir uns die nächsten 24 Minuten mit beschaffen werden. Aber wer in der Welt kann ich dort mal besser hantieren mit meinem Bernerschen, und wer will ich sich dort auch bewirtschaften, damit ich Geld verdienen kann, oder nicht. Okay? Und die Geschichte, was wir uns von der absteilen wollen, verteilen wollen, dort ist ein Päuter, in dem sind Päut heute Bahn. Päuter wird geboren, und wird dort nicht enden, in dem ersten Jahr wird es alles mit am Täsikett, aber hier ist ein Kind worden, der Wäscherich, das weiß ich nicht auf die Weite, Wäscherich mein, das bedeutet, der kann nicht sterne, der kann nicht ruhig sein, mal tranquill sein, und vielleicht, wir sind älder, das heißt, ich gehe so unterfrieden, und das Bängel, das Päuter, dort ist ein Schrieholz, aus klinger Bängel, und so weiter, und so weiter, der wird ein bisschen, in den Beckenheit gekickt, und der würde dann sein, dort ist ein kleiner Kaleriker, ja, der würde ein Temperament haben, von dort, weil ich mit ihm gehöne, von uns ein Päuter von mir, Päuter wird dann, seit fünf, sechs Jahren, in seiner älderen Wunder, für Wunder, für Wunder, für Wunder, für Wunder, wo er dort mit dem Bängel, nach unten, und letztendlich, wo er wird, wie er, in seiner älderen, hat er dort noch der, anders, als wir von der, wo ich nicht, vielleicht, dass er bei dir auch noch so, dort, den Kind, mit dem Fernbild, verdammt, und dort, wo der, über die, nicht so, ja, herrude, wenn es dort nicht weiß, dort, haben unsere Väter, auch bei ihr, ja, nicht alle von uns, aber fehlte, und unser, soja, geht, bei dem, immer, blöd, lang, soja, nur, als das, klinge, ab heute, dann, före, soja, für Schach, kriegt, wo der, bloß, immer, da, da, ich kriegt, ein, wo, dort, da, bloß, mit, seien, acht, ne, jörg, und, interessant ist, er, mit, 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 die, 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 kröge, hat, ein, die, in, die, wie, seine, andere, der, soja, ab, er, im, südamerika, soja, und andere, soja, 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 ab, er, soja, da, soja, da, so hat er Und der Bahn, der überlebt hat, der nächste Feier, fünf Jahre. Und die aller Anstorger, der heute wird, ja, da lag recht. Da hat Peter Fried verteilt. Irgendwann hält der Schrag dort nicht mehr aus. Okay, das liegt nicht so, dass er und das verkiegt oder so. Aber, ahn, der kann dann gleich, ja, wie es erläutert wurde. Und er hat dann noch andere Säden hier ab, hier auf dieser Welt erlebt. Der Schrag dort, meine ich. Ja, aber dort liegen und lachen nicht an dem Peter, sie sind verkehlen und verteidigen. Aber, ahn, das ist gerade noch. Aber, dort ändert sich bei Peter auch, wenn es heute anfängt, mit dem Piggenträger zu schaufen. Aber, bei anderen Sachen, sich auch gar nicht so verändern. Als er uns hier vernehmert hat, kriegt er jeder Tag hier in den Abend, mit dem Fernsehen. und von seiner Alpher wieder, wird er jeder Tag in Schlamms. Dort Schlamms wird jeder Tag vor der Schule aufgekehlt. Und seine Vorder sagt, der Wartjoll wird gar gesteilt gedauern haben. Gleich ist es bei dir nicht ganz zu euch. Das wird euch nicht verteilt. Dort braucht doch lange nicht zu euch sein, und das wird euch nicht verteilt. Und dort du eine Scharatel wird an die Haast. Eine Scharatel wird. Ja, von 14 Uhr wieder, 12, 13 Jahre wieder, schau auf Peter dann mit den Piggenträgtern selbst. Ja, im Trägter kostet dann alles, aber wir waren dort in einem Knast, hier in einem Isar danach, da ein Haastchenmeier, weil der aus der Isar nicht, und da der da nicht fährt. Wir haben ja auch, aber dann der da verfieft, der Lohn. Und dann lachen der andere über Paus ab, dort und ich lachen, wie heute die Antwort, wenn es da ist, Peter gefährlich für dich. So wurde der dort immer fuß, der dort auch immer andere. Und der Öl weiß nicht, was er mit dem Piggenträgtern soll, und dort braucht er gar nicht lange. Piggenträgtern noch mal, 15,5 Jahre, und dann hat er auch von Tüß, mit dem der den Öl haben, der nörst, der Öl. Dann ist der fußt. Und die kommt doch nicht rein. Dann hat er seine Freiheit, hat er dann auf Obert, unter der Städte, schafft er eine Schmied, von Städten, der Lied und Deul, wenn es hier ganz fremd ist, versteigt er sich in der Wut, wo er sich erreicht. Der Öl versteht auch groß, aber er ist mal nichts in Trouble. Wo es in Trouble ist, dass er da war. Aber er hat jede kurze Zeit lang, wenn er für sich allein ist, noch er verdient sein Geld. Dann wurde er, wir schauen dort jetzt, wann er mit den Brüven, die Jungs, die Schäden, die Bäuer, mit Tequila zu helfen. Oh ja, dann komm her. Und dort ist dann oben, am Montag, in den Sachen, mehr weg, noch zu spüren, wie am Obert. Und er hat nicht so lange, dann hat er für seine Obert fußt, dass der Patron, nicht mehr zufrieden, mit ihm hat sich gesügt. Dort geht dann so, was er in der Acht hier, und wo er war, das Messwitz, an dort, der Wartscher Leber, dort halb keinem Wort. Und dann, ab Rasa, hat er dann sich fürke, die Hölle, und dort geht fürke, gleich bloß im Spuss. Und wann er dann, bei unseren Bands, weiß gar nicht, das ist ein Gräuter, aber Mensch, das sind mit den Feen, aber. Oh, bei der Hafen, da und jetzt, wenn die Jungs haben, die Trubelsmöcke, und dann fangen, und heute sei er leicht, dass er bei dem Kiel ist, aber wann er anfangen, die Kieler, oder die Jungs, kann er noch zu greifen, wenn Häuser, würden mehr, als 75, oder 70 Kilo haben, wenn die nur ein 100 Kilo, schon greifen, bei einem Felsichhaft, da, wenn es heute noch nicht ist. Aber auch, wenn er sich bei dem Kieler sind, rohrt ihr alle, einmal, kreuzig ist er, von seinem Vater, und er rohrt niemals, aus Angst, und er rohrt auch niemals, aus Weideau, der rohrt immer, aus Wort. Und wenn er jetzt diese Jungs entgegen geht, er kann er noch so gut sein, als er, dann rohrt er aus Wort, aber der rohrt aus dem kleinen Tent, aber er hat in seiner ganzen Jahre, keinen Bein, gebt, was er gewöhnt hat. Und er rohrt, in Fökel musste der andere Jungs von einem Bangel von Puckel aufrufen, weil er ist ja grausam, so er, ab dem geröten Bangel, rankeelt, dem Beladern, dort konnte er seine Worte nicht kontrollieren. Und da wird Wartel bekommen, das ist ein Pater, für den Pass ab. Der erste Mal, was das Heu war. Okay, das ist die Welt aller. Heu, dann sind wir achtchen, den Bäuer, in Tequila, der andere schnaupte Dallertag, wenn es heuer Anwalt nicht viel hält, und allemal nicht Geld bringt. Und dann ist er so Rüger, und fängt an zu schaufen, und wenn er so an zu schaufen, versteht, ich heule den nieen Patrons, wo er dann handkommt, die heule gerade die Stärke von haben, und er wird niemals mehr erfüllt gescheit. So ist er dann bei 20, 21 wurde, und jetzt hat er gemeint, stellt er sich in eine Rehe, und jetzt hat er gemeint, und er befreit sich dann. Und wenn die Frau die Mäut, lauscht du dir mit seiner Wut vor dich? Ja, und mir alles, die mir das in YouTube kenne, und das ist ein scharreriger Wut, und der ist da immer noch. Wenn du hier den Ferrer war, ich kann sie sich auch mit ihrer Kenia, da war das besonders im ersten Jahr, wo er seine Frühe dreimal, das steht an einem Ormsfot, und das ist so gut, dass er diese Fingerschen doch in den Dämonen bei der Ormsbeleid war. Das verkiehlt er nicht, sehr viel Beherrschen kann er sich. Aber er sagt er, schaar, ich sage er doch, er berallt, und verlegt, und der wird er gewählt. Schaar, ich sage er doch. Und er kam das späteste Quartier, ich kam das drinnen mit der Tequila und mit dem Beyer, mit dem Teseo, und das Schlamm ist, dass heute unsere Viva, unsere Frühe, ab und vielleicht nicht Tockenlote von den Städern. Aber sie in der Früh konnte ich noch schlau, bei Teseo, das heißt, stehle und hell dort üt. Nun war ich mit, von dieser Geschichte, was heute erlebt hat, nur Geld. Geld für deine, ist für heute nicht in Trubel. So, ich schaue dann, die erste Feierjahr, weil man so, ja, schaue dann, wie sie einen Patron, und er will noch weiterfangen. Das hat er abhielt, bei der Schmied, und er versteht ja, und vielleicht auch arbeiten. Ich weiß gerade, was er für die Rätschiffbrücke gewinnt, wenn er das hier mit abgewassen hat. Dann wird der Patron dort allein, wenn er das nicht hört, weil er klärt mich gut. Nicht, wenn er ein schlechter Mensch ist, aber er wird ein anderes Patron, der wird sich einen eigenen Schmied absteuern, und dann hat Peter auch bei dem und so zu tun. Okay, aber Peter, er soll mal 24 Jahre lang, also der Chefe, äh, schaffe über Ola. Ola, er ist fuzt, der rechte Hund von dem Patron. Die bitte am Abend, dort heute, die nächste 5 Jahre, dort geholt, also die Lohn, Fernstief hält, vor allem, aber dort am 5 Jahre, 20% von den Impressern, von den ganzen Impressern, bei dem Patron. Und heute, heute, dann verspreche ich, guter bliebe. Dann lacht heute noch, aus dem Patron am Abend. Und bitte, ich habe auf, und dann sage ich, dem Patron trin, erwischt euch. Lacht er bloß weiter. Der Patron hat reicht. Aber das gefällt. So, heute blieb du, sie war der Socios, sie im Patron wurde mit dem Jahre alt, heute wusst, und das hat 45 Jahre, ich hatte, die ganze Impressern gekauft, und er hat alle Jahre, die ganze Impressern, die ganze Schmiede gedreht, und sie haben aus der Häusicht übernommen, haben sie 300 Euro, sie exportieren in den Mitteln, sie sind so im Schwung, so, mit dem Geld, dort sind wir nicht, heute sind wir trübel. Aber, wenn man nicht, wenn man im Stall ist, dann hat er die Aube, der meist niemand so aufgeschrieben, dass er da wird. Aber, wenn man nicht, und die andere frühe ist, wird er nicht da, aber er hat mit dem Sachen, was er nicht trifft, aus eurem Mann, aus Vater, von der Familie, und sich das nicht trübeln, dass er von der ältesten Säurebrä überläuft. Die wurde am Abend geglaubt, dass seine Freunde niemals vertreten, dass das Haus immer fern ist. Na, wir sind alle fern, sag ich. Das ist bei uns jetzt, dass alle scheuen. Der ältesten Säurebrä überläuft. Glaubst du, dass das halber wird, wenn der Frau was sagen wird? Nun kann es nicht. So, er brält in der Weltraum, dass er das Jankertus in Bütter ist ein feiner Onkel. Und so viel Geld. Aber er hat doch noch einen Trubel. Er weiß, dass er das wird. Da hängt er in seinem Kopf. Er weiß, dass er das wird. Der Ältesten nicht richtig und er sperrt sich Säureschlacht. Er wird abschesslich Säurebrä. Und er sperrt sich auch in seinem Kopf. Säurebrä. Wenn er so sein würde, und er wird niemals, niemals, wird er Däupenfried feilen. Er wird umgedreht. Er weiß, dass er ein Säurebräse Mensch ist. Und wenn er noch aus dem Schäder, Fäner, Rächer, Mann bekommt er. Aber heute wird das Wort her werden. Er sagt, er weiß es. Wenn er nicht mehr fährt, was er in dem Pferd geht. Und er kann nicht einmal die Kürchen und alles. Naja, es ist wie der Körner hat er in den Kürchen schleipert. Und da ist ich okay, er will alles messen. Und als er dann die Kürchen geht, dann wird sich mal Zigaretten eingestellt. Dann wird sich die Kürchen vorgelegt, wie alle lösen. Wenn sich mal eine Zigaretten eingestellt, die Kürchen geschmeckt, dann wird ein Hüß. Okay. Und dann ist es total normal. Und was heute und so in der Presse übernimmt, mit seinen 88 Jahren, fängt er an YouTube zu schauen. Und irgendwann fängt er durch einen Menschen, der über Jeremia 17 von Verschweif, Bad Alf, glaube ich. Aber er hat eine Hand. Und er sagt das Verpflichtet ist ein Mensch, wer sich auf Menschen verlangt. Und er wird in der Wüste wohnen, in der Wüste warst, und wird keine Frucht trägt, und Gras am Geräusch hat. Allein dass die Bibel steht, wo der Redner sagt im YouTube, dann schaut er erst mal aus. und keiner weit 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 ist. Ich habe gewusst, ich habe eine Speck und ich habe viel Geld. Warum? Wenn ich weiter mit mir noch schaue, trifft mich immer an, dass ich viel Geld will. Wenn ich mit mir noch schaue, viel Geld habe, dann werden die Menschen sich wichtig sehen. aber dann habe ich gedacht, das geht mir einfach ein paar Jahre. Dann sagt der Redner, das wurde von sich gefällt. Aber ihr seht, dass der Mond sich ab dem Haaren hat seine Wartel gestoppt. Die Blüder wurden geräumt, die Frucht haben. Und alle anderen verdrehen und verbrennen, wenn sie hat. Die werden geräumt und nach so schaft. sind. Wenn das Haus in Wartel im Haaren neue Stöcke hat, das war kein Teil von mir. Und 14 Jahre war das menschliche Hortel. das gibt keinem, wer erforschen kann. das wer in der Welt hat mein Hortel nicht. Dann sagt Peter, was ist dann? Ich erforsche die Hortel. Ich habe in jeder Winkel und wo die Däune und nicht die Feile. Dann hat er 7 Monate und 3 Monate in YouTube aber war klar. Dann fängt seinen Coach aus Gustav und dieser Mensch kam am Halb dort ein Grasame Wort in der Gesellschaft. Besonders in der Schaf und Großartig. Das ist ein Mensch mit dem Leben ist und dann fängt an lang ein lang Stück an das Lied mit zu finden. Das hat Tüß und seine frühere und die Tequilas in Bayer und Drugs hat alles gemacht. Aber Gott hat seine Kraft sehr interessant. Aber ist wichtig. wichtig, dass er nicht so furchtbar viel Geld verdient. Aber weißt du was, in der Kurs was, was er noch da lässt, was er nicht hat. Aber er fängt auch an, Menschen zu helfen, die Schäuern haben, die Seilsäuern zu betonen, dass er andere Menschen... Er fängt einfach an, anderen Menschen zu helfen, dass er Geld hat. Er kann schmieden und dort kann er sein sein. Schäuern. Und das Lehrer, der sagt, dass du schmiedst, das geht dir schäuern. Du kannst fahren mit den Oberflächen, wo du ein Läuftol der Futter und ein Läuftol der Eugenmann bräuchst, damit du auf dieser Welt andere Menschen halb bekommst, dass er wegkommt. Und dass du auch das erleben kannst, was du hast. Men, dann fängt das Leben an, als wenn er frisch geboren ist. Und das sagt, was die Bibel sagt. ganz nie. Das bedeutet nicht, dass das von ihnen wieder einmal leicht ist. Das wird, was er an sich trägt. Da muss er dann noch viermal abhört kommen. Bloß er wird auch nicht seine Frühverkühle oder die Kinderumbrille, das habt ihr schon einmal gemacht. Er wird abhört kommen und mit den Haaren spazieren. Wir sehen uns nächste Woche frisch. und nehmt nicht ab, aus warnen erwart. Heute ranen tjampfen schauf in heute weit wo hart. war 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 Vielen Dank.